Ein Druck, der einfach unvorstellbar ist. Und du weißt, alle schauen auf dich. Und du hast Angst. Liegst du wirklich richtig mit deinem Plan? Und du weißt, wie jeder Fehler, kann eine Entscheidung sein. Deswegen mach's besser keinen. Oh! Ficken wir. Wanns? Ich bin zu spät. Sie, weil ich ein Stück Sahne dachte. Was ist das? Ich bin der beste Fußballer der Welt. Beckenbauer, was für eine Technik! Da steht dir die Welt offen. Vergiss nie, wo dein Herkunft bleibt. Du hast immer gesagt, du musst der Libero sein. Der freie Mann. Du vergisst, dass ich der Trainer bin. Dann schmeiß mich doch einfach raus. Verdammt, Franz! Ja, bin ich eigentlich bloß noch ein Depp, der mein Weltmeister war, aber jetzt nur noch abkassiert? Steuerfahndung München 3. Fußball muss sein Nummer 1 im Leben. Sonst du nie Nummer 1. Auf! Das Spiel ist aus, Deutschland ist Weltmeister. Das verletzt aus, Deutschland ist Weltmeister! Untertitelung des ZDF, 2020